Und dann willkommen zu einem Netztest, zuletzt Test, Chikori, falls das auf YouTube hochladet. Hallo YouTube. Ja, wir spielen hier immer noch bei Zwergis großem Spieleabend auf Twitch, beim dritten der Art schon, am Sonntag, den 17. 12. 2021 im Steam Game Festival, das Spiel, die Demo-Version von Chikori, Egg Colorful Tay, mit dem Zwengfürst und, ja, ich würde mal sagen, wir beginnen. What's your favorite food? Ach du Scheiße, ähm, jetzt müssen wir ein kleines Quiz beantworten. Ich weiß gar nicht, wie es geschrieben wird. Ich hoffe so. Spaghetti. The magic paintbrush. It's every stroke fill our world with color. Literally, someone has to wield it. The brush has been passed down to the ages. But the current, weirder, Chikori, she's so cool, a total genius. Our worlds never looked better, thanks to her. And that's why, it's up to me, to keep her tower clean. Okay, jetzt spielen wir den Hund, Hundi, ein Putzhund. Jetzt können wir hier putzen. Das ist ein Staub wegfischen. Sehr schön. Und das ist jetzt unsere Mission hier erstmal, den Raum sauber zu machen. Ach du Schreck, was ist hier passiert? Fazit, Ausrufzeichen. Vorsichtiger putzen. Okay. Irgendwas ist da umgefallen, während wir drum geputzt haben. So, wir können auch hier hinterherlaufen. Ach du Schreck, was passiert hier? Ein paar Jumpscares hier im Spiel, während wir putzen. Ach, Schreck. Oh nein. All of Chikori's colors. I must have cleaned too hard. I've got to go tear her white away. Wir clean hier trotzdem schon mal weiter hier. Und wir haben eine Perfektion. Alles sauber hier. Pfff, so satisfying. Okay, alles ist sauber. Hier sind noch Punkte. Hier schön anders sauber machen. So muss das sein. Dafür gehe ich es dann später im Hauptspiel bestimmt eine Steam-Augenschaft. Fürs Cleanen. Alles schön sauber machen. Hier im letzten Winkel noch. So, hier ist raus. Wielder Tower. Und das war just colored in. Die ganze Welt ist scheinbar hat ihr Farben verloren. Oh ja, das Portray. Okay, es ist Armond, die klassische Wielder. One of the first to really show her personality in her coloring. After he wields styles became much more diverse. You have to respect her lazy. Ja, okay, falls mein Englisch hier ein bisschen schlecht ist. Ja, mein Englisch ist schlecht. Hm, this one. I think it's one. This one is a carrot. He was okay. We experimented. Even at the time, I don't think he was very popular. But I know he has some fans still. Okay, die Ahnen-Galerie, der Weirdos, der Wiredos, der Könige dieses Landes. Oh, this one. Wait, I gotta stop, folks. Das ist kastinatisch. Chigui needs to know what's going on. Okay, der war kein so guter. Bis es ausschaut. Achso, wir sollten aufhören, die Bilder zu betrachten. Oh, is that right again? Chigui's room. Okay, mein Pinsel. Chigui's brush. What is this doing out here? Chigui! I am sure she is here. But she is left in brush. Just leaving here. Ah, lying here. Stimmt. Also, she leaked out. Everyone must be picnicking. What if I use the brush just like she would? And I am sure she would appreciate it for sure. Maybe at least for a bit. Take it. No way. We're taking this. You got the brush. We don't know if that was a mistake. Der was? Okay. Jetzt können wir malen. Wir können ihn malen. Wir malen das blau an. Wir malen auch hier ein bisschen über die. Wir können auch ein bisschen drüber malen. Zwerg. So, sehr schön. Die Wände auch alles blau. Alles schön blau beschnieren. Wer braucht schon Farbe? Ich kann auch ein bisschen drüber kackseln hier. Ganz professionell. Anmalen. Hübsch. Gibt es dann später auch Nahrungenschaft dafür, dass man alles blau gemalt hat. Keine Weise still auslassen hier. Kann man später auch ausschneiden, wenn man hier ein bisschen drüber malt. Ist nicht so schlimm. Nachher mit Photoshop. Ausschneidetool. Hier sind auch ein paar weiße Flecken. So, sehr schön. Alles blau. It's locked. I hope she's okay. Good thing she has me to have. Ach du Schande. Jetzt bin ich hier draußen in der Natur. Können Bäume blau färben. Aha. Ich mach mal hier ein bisschen. Zumindest die Bäume hier ein bisschen blau. Ja, Turki ist blau-grün. Oh, da ist schon jemand. Supper Woods. Woods. This way. Oh, that's where Blackberry lives. The reader before Chikri. Living legends. Maybe she knows, what's going on. But I should check on the towns people too. Okay, vielleicht können wir mit ihm hier reden. Das ist blau. Do you know about drawing with other people? If you pose with P and select begin to co-op. Ah, das ist ein Co-op-Spiel. Das könnte ich jetzt auch mit Modding gemeinsam spielen. Someone else can play with you as an extra brush. Drawing together can be nice. I know it always helps me relax. Okay, machen wir nicht. Um. Where did all the colors go? It's giving me a weird feeling. So I'm catching a light to see someone in Becky. Things always feel better with friends. Okay, hier haben wir schon ein Haus. Das können wir hier schon mal blau anmalen. Das Dach zumindest. Klatsch, 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 Tür, Fenster. Sehr schön, der Garten will wir auch noch. Der Funt ist still blau. It's docked. Oh, warte, just a second. Wir müssen do. Blau, wo hast du? Gas, pad. Sorry, running a bit late today. Shouldn't I even forgot to get dressed? I better press ENTER to change tongues. Aha. Eine blaue Schürze hat an. Matsch, bitte. Okay, come on, it. Jetzt können wir hier Klamotten wechseln. Ist ja auch möglich. Ja, so viel haben wir hier nicht. Bandana. Ja, so viele Auswahlmöglichkeiten haben wir noch nicht. Hallöchen. Wir machen ein paar Fliessen hier. Ein paar Bretter, die auf dem Bolin liegen. Blau. Das Schaf. Schön, ein bisschen Gestaltung reinbringen. Sehr schön. Ein wenig Farbe in den Raum bringen. Hab ich ganz blau gefärbt. Sehr schön. Well, hey there. What's new at the Tower? A siege going on due to brush. We know this is a great timing. I was just thinking, thinking, thinking. Yeah, that's the age. Sorry. Our shirt designed was there. Wanna draw us a new shirt? Probably not. Mal, mal, mal. Great. Everyone will be excited and you will not do it. Just do whatever you want. And don't forget, you can use white click to erase. So. Okay. Jetzt machen wir hier mit schwarz aus. Okay, da wollte ich mal Tower hinschreiben. Vielleicht kriegen wir das so hin. Ja. So ungefähr. Wow, it looks great. I can't let you leave without taking one, you got custom tea, ja sehr schön, sieht ja sehr schön aus. Ah ok, jetzt kann ich auch wieder wegradieren, komm her. Schmetterling, verdammt, Schmetterling konnte man nicht finden, kann man nicht treffen. Telefon, the only number I have memorized is my parents, I guess I could call them. They always know what to do when I am lost or stuck. They are the best. Call home, ah das können wir auch machen. Call home and get a hint on what to do next. Ja, rufen wir bei Mami an. Mami, es geht mir schlecht. Ich weiß nicht was zu tun ist. Ah, hello. Hi Mom. Ah, Spaghetti. Your sister was just here. Is everything okay? Ich habe gefragt was mein Lieblingsfood ist, da habe ich Spaghetti angegeben. Wahrscheinlich habe ich es falsch verstanden und sollte meinen Namen eingeben. Das heißt Spaghetti. You explained your whole situation to Mom. Hm, Spaghetti. How do you get into these situations? Well, here is what I think. You should head to the Supperworlds. Not what weirder Blackberry knives. Their doll doesn't she. She probably would know what to do. I think that's a good idea. I hope you are doing okay, Spaghetti. Call again something, okay? Oh, hang on. That's good something to add. You know how to always have the most detailed advice. Should I put him on the phone? I think I got it, yeah. No problem, Sweetie. Okay, goodbye. Mit dem Vater müssen wir nicht noch mal reden. Okay, wir müssen in den Wald. Jetzt sollten wir es auch mal tun. Hier, mal rechts lang. Zeig der Feier hin. Oh, hallo Fuchs. Big girl. Oh, hallo Spaghetti. Let's see. Is that the brush? Did you steal it? Na oder weniger. Lol, whatever. I bet you didn't even know. To use the mouse wheel or set to change color. Chikiri told me that once. Oh. Ich kann auch mit Gelb malen. Sehr schön. Und mit Rot. Mit Gelb-Rot und Blau-Kirn malen. Sehr schön. Und ich mal die ganze Zeit im Blau rum. Ich kann jetzt auch mal ein bisschen was Tolleres machen. Zum Beispiel das Haus hier. Eine Genta bemalen. Dann wird die Welt schon ein bisschen bunter. Wir lernen hier ein bisschen das Zeichnen. Das Ausmalen. So, das Dach hier in Blau. Sehr schön. Mal ein bisschen Farbe reinbringen. Oh, Lieder. Jetzt haben wir auch Lieder gemischt. Sehr schön. Das Blau ging mir nämlich langsam auf den Keks. Sehr schön. Mal ein bisschen Farbe reinbringen. Und weiter geht's. Spaghetti's Haus. Ah, das ist mein Haus. Das sind meine Eltern. Nein, das ist mein Haus. Das sind meine Eltern. Ich wohne schon alleine. Okay. Ich glaube es ist die Familie. Sparks. Keeping the Tower clean away. Always been pretty. Das ist mein Haus. Ich kann mal den Boden ein bisschen hinlaufen. Das Bett mal orange färben. Wir können auch hier bunt, bunten Bohnen machen. Sehr schön. Farbe in den Raum bringen. Und ein schöner, bunter Raum. Ich bin auch immer noch mit blauem Kämmer noch ein bisschen malen. Sehr schön. Und dann bringen wir Farbe ins Leben. Können wir hier vielleicht eine Farbe mischen, damit wir die nochmal nutzen können? Nein, leider nicht. Oh, ich habe ein anderes T-Shirt. Sehr schön. Die Wand ebenso. In allen Farben. Kann man sich schön austoben. In meinem Zimmer. Sehr schön. Sehr hübsch. Ein knallbuntes Zimmer. Hier sitzen wir auf unserem Bett. Das Bett völlig rot. Sehr schön. Das ist alles gut. In meinem Zimmer. In meinem Zimmer. Ich habe dich das Brust. Du hast du die Brust. Hast du die Stille noch entwickelt? Du hast du die Stille noch? Du hast du die Stille noch gefunden? Du hast viele Möglichkeiten. Ich weiß, wie es ich mir sein. Du hast du die Stille. Huuu! Und alles ist super schnell. Das ist definitiv der beste Style. Hm? Ich denke, ich benutze Alt-O-X, um die Bösch zu machen. Und plus, um zu zoom in. Und ich kann meine Zeit, mit kleinen Details zu machen. Das ist falsch. Das ist ein schlimmer Style. Ok. Cool, kleiner Pinsel. Großer Pinsel. Und die Plus können wir... Wo haben wir denn das Plus? Da können wir rein zoomen. Ah, sehr schön. Jetzt kommen wir mit dem kleinen Pinsel hier. Bestimmte Sachen aus dem Rhein oder nicht. Hier zum Beispiel. Sehr schön. Damit ruht es dann auf dem Randen. So weit es geht. Ja. Ja, so ungefähr. Eine rote Wolke wollte ich malen. Das hat den Himmel rot angemalt. Pick up! Sammeln Litzer. Oh, Glitzer. Können wir das benutzen? Und das ist noch eine nächste Person. Hallöchen. Mal dein Haus an. Basile. Hallo da. Spaghetti. Kannst du für eine kleine Garten-Nipp-Tipp? Some flowers bloom wenn in color. But others bloom only when black. If you wish to have a color one. Can use right click. Okay. Ja. Sehr schön. Motspiel Wild Dows Demo. Okay. Sehr schön. Ich habe hier Spaß beim Bemalen der Landschaften. Ich habe hier eine kleine Garten-Nippe. Die Garten-Nippe. Ich mache es. Es ist ein Richtiges. Vielleicht sind die Rote Klamotten. Mein Haus hat keine Farbe mehr. Sie müssen es. Es gibt mir einige schwerere Farbe. Ich habe nur zwei Farbe. Chopp, Chopp. Okay, machen wir wieder Helpy, machen sie ein Haus. Machen sie ein Haus besser. So. Und Ruds Haus. Oi. Die Farbe sind so schwer. Ich liebe sie. Sie haben wirklich einen Job gemacht. Ich danke dir. Oh, eine neue Kappe. Sie sind sehr schön. Ich hoffe, du liebst das. Ich liebe diese schweren Farbe. Danke nochmal. Ja. Diese schönen Farben. Sehr schön rausbeschmiert. Du brauchst auch Farben. Check, du denkst, du wärst mit dem Blatt. Du bist einfach nicht so gut, wie sie sind. Ich miss die Tage der Blackberry. Hey, Chickory is an amazing wielder. Well, if you like that sort of thing. But Blackberry lives just to the south west in the Superwood. You should go into the matter. Du kriegst ein blaues Haus. Oh, okay. So ein Color of Home. Change the Color. Du kriegst ein rotes Dach. Sehr schön. Schmetterling. Läu. 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 Oh, hello, Spaghetti. Oh, my gosh. Can you corner my house back in? Whatever you like? Lemon. In welcher Farbe will sie wohl ihr Haus haben? Ihr mindest mine, gelb. Oh, hm. Thank you, but... I'm sorry, can you erase it a bit? You get too straight click to do this. I tell you, stop erasing. Okay. That's enough. Thanks. I liked it before. Wenigstens mal Fenster hier. Wenigstens das Dach gelb. Good thanks, okay. Ist nicht zufrieden damit. Ach, dann halt nicht. Okay. Okay. Sie müssen wahrscheinlich irgendwie lang. Superwats. 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 Ich kann mal entfernen. Jetzt können wir hier erasen. Sehr schön. Ein Gift. Ein Gift. You got a Beanie. Sehr schön. Ein Geb bitte. Sehr schön. Ich bin hier. Oh, hallo. ... So... ... ... ... ... I thought you don´t seem ready. Ist das so? I hope I´m wrong. Come this way. Ok. Super wird´s. Haben wir neue Farben oder was? Schaut fast so aus. Branch und... Gelb und... ...und die Mischfarbe. Sehr schön. Cool. Fleck. Warte mal kurz, das kann man auch so machen. Sehr schön. Oh nein. Schön bunt sich alles werden lassen. Sehr schön. Eine Bewegungsart gefunden. Damit wir uns hier fortbewegen können. Warte. Was noch rüber? Genau. Ok. Jetzt noch ein Gift. Eine Schläfe. Sehr schön. Eine Schläfe. Eine Schläfe. Jetzt können wir rüber. Eine Schläfe. Eine Schläfe. Nicht? So kommen wir runter. So kommen wir runter. Sehr schön. mir gefällt das spiel so sehr ich finde das mega spiel ich finde das so mega gefällt das kommen wir da irgendwie rüber wir kommen da nur hier lang cool ich mag das spiel jetzt schon eine höhle jetzt haben wir wieder die farben ja noch nicht so viel zu sehen ok wir haben die die meisterin verloren also kommen wir vielleicht hoch hier entlang, so da hoch. Sehr schön, Gift, sogar Scarf. Ah cool, ich habe ein Schaf, äh ein Schaf, ein Schal. Irgendwie konnten wir noch mal ins Menü, den Schal noch mal ändern, sehr schön. Wie kommen wir jetzt hier wieder runter? So wahrscheinlich, sehr schön. Okay, sieht hier ein einer Sackgasse aus. Das können wir auch alles weggradieren, hier wieder. Und nun, das können wir nur hier wieder. So können wir hier lang, nein können wir nicht. Sackgasse, nach unten können wir. Telefonzelle. Call home. Call home and get a hint. Ah, hello. Hey Mom. Spaghetti, how are you doing? You explain, how the whole situation you are. Oh, I see. Hm, well, you are sweet, but I think you should look around the full blackberry. You are close to her house. You should must be nearby. Okay. Den Vater müssen wir jetzt nicht unbedingt hören. Jetzt vernachlässigen wir den Vater ein bisschen. Achso, da ist ihr Haus oder was? Hier schön mal das Haus rot färben. Mit Blueberry sicher sehr freut sich nicht. Nichts passiert. Es scheint doch eh raus zu sein. Oder nicht? Oha. Was machen diese düsteren Bäume hier? Ein großer Baum. Ein Dungeon. Aha. Ah. Hallo. So, finally made it. This is what I wanted to show you. I have never seen anything like it. But if Chickory thinks you deserve the brush, it's your responsibility to face it. The end boss. What is exactly what is going on? What happened to my upper-endsten color? What happened to my upper-endsten color? What? What is he? Ach du Scheiße. Negative. Negative. Negative Farbe. Boss Kampf. Wie sehen wir so den Boss? Ach du verdammte. Boss Kampf. Nein. Ich darf mich auch nicht treffen lassen. Ich verstehe wie es funktioniert. Verdammt. Ich darf mich treffen. Ich wurde besiegt. Nicht rechtzeitig genug ausgemalt. Verdammt. Das ist ein Mist. Ich muss raus. Ich werd verblicken. Und malen. Verstehe. Ich muss raus. Nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. Ausmalen. Verdammt. Oh, hart. Was ist denn los, Kampf? Oh, Mann. Nein. Ausweich müssen wir. Zack. Na, komm. So besiege ich bei dir. In der letzten Sekunde ausweichen. Huh. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Haben wir es besiegt? Powered up. Rebound with the barge. Okay. Das war ja my action. Your paint will glow in the dark places. Or it would. But that's the end of the demo. Thank you for playing. It means a lot. We hope you enjoyed it. If you wanna follow along, you can sing up for newsletter.at, chicorygame.com. Ähm, not now. Okay, ja, ähm, sehr schön. Ähm, ja, das hat mir ja sehr gut gefallen. Das war ja ein sehr tolles Spiel. Ähm, chicory. Das hat ja sehr, das hat ja sehr viel Spaß gemacht. Das fand ich ja, kann mir so mal vorstellen, mal zu spielen. Irgendwann, wenn es dann draußen ist, vielleicht irgendwann mal als Let's Play auf Twitch oder auf YouTube mal zu spielen. So, ich würde mir noch mal gerne die Quiddets angucken. View Credits. Ähm, die Quiddets bei solchen Indie-Games sind selten, besonders lang. So, ich denke, da ich das nachher auf YouTube hochladen werde, denke ich, und, glaube ich, nach oben, es hat sich gefallen haben, lasst einen, ob man da neu seid und den nächsten, das nächste, das den nächsten Part nicht verpassen wollt, schaut bei mir auf Twitch schon, weil lasst ein Follow-Dot da, da streame ich jetzt fast täglich live. Da könnt ihr sowas wie das hier sehen. Manchmal, manchmal auch andere Games. Ab und an, alle Jubeljahre mal, auch ein React-to-Video oder so. Ja, ähm, wenn ihr jetzt schon auf Twitch seid, Follow-Dot da lassen. Gut. Co-op kann man das auch spielen, das wäre auch mal spannend. Ähm. View Timelapse. Aha, jetzt haben wir hier noch die ganzen Outfits, die wir hier tragen können. Ein selbstgestaltetes. Die ganze Jüte hier. Sehr schön. Ach, der Schale ist anstatt der Mütze. Close can change. So, ähm, na dann. Wie gesagt, dann nicht nach oben. Lasst ein Abo, da habt einen tollen Tag. Und... Wie man sieht sich. Outerinner. Ciao. Ciao. Sehr schön. Outro. Musik Untertitelung des ZDF, 2020